Am 01.01.2021 habt ihr mit mir zusammen die 100 Abonnenten-Marke geknackt. Oh, Wilber! Wilber ist wieder heiß! Äh, Jekyll in Haltanlage. Hier ist ein Knopf. Jetzt wird's ja laut! Ich denke mal, viele kennen das. Und zwar, wenn ein Autofahrer vor dir ist und der raucht und schnippt die Zigarette aus dem Fenster. Ja, da muss man sich nicht wundern, wenn man mal eine Faust durch die Fensterscheibe bekommt, ganz ehrlich. Alter, die ist aber richtig fest. Da vor wir fährt er. Der Cole-Moto. Also, übrigens, Sondertouren aus einer Harley. Mann, die hört sich echt geil an. Das ist jetzt schwer, ne? Aber eigentlich ist das auch einfach. Also, für mich ist das Ding ja mal mega geil. Also, ich würde mich darauf wahrscheinlich pudelwohl fühlen. Dann würdest du von mir auf jeden Fall 10 Sterne von 10 Sternen bekommen. Du teilst dein Leben, was du hast, mit deiner Familie zu Hause und mit deiner Familie im Club. Wir sind ein Motorrad-Club, weil wir in einer Gemeinschaft Motorrad fahren wollen. Weil wir zusammen auf Party feiern wollen. Wir wollen saufen. Und gestern und vorgestern, ich weiß gar nicht, ob die Figuren schon erst ein Tag standen oder zwei Tage. Auf jeden Fall, innerhalb kürzester Zeit wurden ganz viele von diesen Figuren absichtlich zerstört und ungeschmückt. Und macht keine Faxen, guckt gleich noch meine Videos, lasst ein Abo da auf. Und macht keine Faxen, guckt gleich noch meine Videos, lasst ein Abo da auf.